Ich hatte tatsächlich in den vergangenen Wochen immer diesen großen Wunsch gehabt, einen von diesen super coolen NFT-Sneakern aus dem Move-to-Earn-Projekt Steppen zu besitzen, aber sie waren so unglaublich teuer und lagen so ca. bei knapp 1500 Euro. Mittlerweile hat sich aber der Marktpreis aufgrund von vielen Faktoren der NFTs extrem verändert und liegt mittlerweile bei 150 Euro, was ein Minus 10x ist. In diesem Video werde ich also gezielt auf die Frage eingehen, heute kaufen oder es doch lieber sein lassen. Wir werden uns spezifisch den Token GST angucken, warum dieser Token so stark gedumpt ist. Das ist nämlich der Utility-Token, sprich den Token, den du sozusagen für deinen Sneaker verdienst und dann wiederum verkaufst. Und wir werden uns angucken, die Kriterien, damit der GST-Token wieder pumpt. Und vielleicht darf ich am Ende noch ganz kurz spoilern, ja, ich habe zugeschlagen, ich habe mir tatsächlich heute einen NFT-Sneaker gekauft. Ich war schon laufen und deswegen möchte ich nachher nochmal genauer auf meinen Kauf eingehen, meine Einnahmen zeigen für den heutigen Run und einmal sozusagen mit euch berechnen, wie lange ich jetzt mit diesem Schuh laufen müsste, dass ich meinen Return on Investment erreiche. Freunde, einiges zu tun, ich würde sagen, wir fangen direkt an, let's go. Also, gucken wir uns zunächst einmal den GST-Token an und hier die Frage, warum ist der Token so stark gefallen. Wie wir ja sehen können, hat der Move-to-Earn-Hype hier im April so richtig schön Fahrt aufgenommen und Ende April waren wir hier bei knappen, oh, 8 Dollar angekommen. Knapp 8 Dollar für einen GST-Token, das ist wirklich unglaublich. Aber was jetzt passiert ist, das ist wahrscheinlich genauso unglaublich, denn mittlerweile sind wir hier so richtig runtergestürzt unter einen Dollar und wir sind jetzt fast bei 0,6 angekommen und das ist schon wieder ein Minus 10x. Und hier ist natürlich interessant, dass wir hier sozusagen immer so eine Art Korrelation haben. Das heißt, dieser GST-Token hängt irgendwie so ein bisschen mit den Schuhen zusammen. Und ich würde sagen, das Ganze ist im Endeffekt ja auch logisch, denn im Endeffekt kaufen wir uns die Schuhe, um dann im Endeffekt den GST-Token zu verdienen. Das heißt, diese beiden Spieler sind immer im Verhältnis miteinander. Interessant ist jetzt aber natürlich nochmal die Frage, was ist denn hier im April passiert, warum ist es so unglaublich hochgepumpt und was ist denn hier unglaublich Schlimmes passiert, dass alle auf einmal verkauft haben. Und im Endeffekt, ganz einfach ausgedrückt, sag ich mal, war hier nichts anderes als Emotionen im Spiel. Erst fing es an, dass alle sozusagen ein Teil der Community sein wollten. Das heißt, jeder wollte den Sneaker besitzen. Oh mein Gott, 3 Dollar, oh mein Gott, pump ist noch höher, 7 Dollar. Ey, das geht bestimmt noch auf 10 Dollar hoch. Alle haben wie wild eingekauft. Und jetzt ein fataler Fehler. Was alle gemacht haben ist, du kannst dir deinen Schuh upgraden. Das heißt, du kannst deine Tokens reinvestieren. Das heißt, mit dieser Strategie gehst du davon aus, dass dieser Token, der GST-Token, immer weiter pumpt und du sozusagen erstmal alles reininvestierst, um dann nachher ganz, ganz viele Tokens zu bekommen, um die dann für 10 Dollar plus zu verkaufen. Aber ich glaube, das war ein Wunschgedanke. Diese Strategie hat sich auch bei ganz vielen zu ganz, ganz viel Verlust geführt. Denn warum das Ganze hier sozusagen Anfang Mai so extrem weggecrashed ist, ist folgender Grund und zwar wieder Emotionen. Alle hatten Panik. Alle haben gemerkt, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie 1.500 Dollar reinvestiert. Alles immer reinvestiert. Ich habe actually noch keinen einzigen Cent aus diesem Projekt rausgenommen. Und dann kam tatsächlich auch ein AMA, wo die Entwickler gesagt haben, hm, so der Tokenpreis von GST ist uns eigentlich recht egal. Und auf einmal ging die Panik los. Alle haben angefangen, ihre Strategie zu ändern. Alle Tokens direkt immer verkauft. Und ab diesem Zeitpunkt wurde sozusagen kein Token mehr reinvestiert, sondern alle täglichen Tokens, die du verdient hast, immer wieder verkauft. Und wie setzt sich natürlich am Ende der Preis eines Tokens zusammen? Angebot und Nachfrage. Und wenn sozusagen noch alle verkaufen, dann ist es natürlich auch klar, dass dieser Token extrem abfällt. Welches Problem wir jetzt schlussendlich haben? Dass alle sozusagen nur noch ihre Tokens, ihre GSTs verkaufen wollen. Irgendwie noch Verluste sozusagen wieder gut machen wollen. Das heißt, ein wenig dichter an ihren Return on Investment rankommen. Aber der Token hat halt leider aktuell so gut wie keinen Mehrwert mehr. Denn keiner will mehr die Sneaker upgraden. Und das Problem ist einfach, das ist so mehr oder weniger das einzige Burning Mechanism und natürlich neue Sneakers zu minden. Die Lösung tatsächlich für dieses Problem ist ganz einfach. Wir brauchen wieder einen Mehrwert für den GST-Token. Und wie schaffen wir das? Indem im Endeffekt neue Spieler in das Spiel sozusagen einsteigen und investieren. Und ich glaube tatsächlich aus zwei Gründen, dass tatsächlich nochmal extrem viele neue Spieler in das Move-to-Earn-Projekt snappen eintreten werden. Der erste Grund ist tatsächlich, dass das Ganze sozusagen noch eine Art Beta ist. Und für diese Beta, um sie überhaupt spielen zu können, brauchst du immer noch einen Activation Code. Ich denke, mittlerweile sind diese nicht mehr ganz so rar. Das heißt, du kannst mittlerweile deutlich leichter einen bekommen. Aber dennoch ist es immer auch so eine kleine Hürde, in dieses ganze Spiel einzusteigen. Würden sie diese Barriere removen, könnten nochmal eine ganz andere Masse in das ganze Spiel reinkommen. Ich denke aber bewusst, dass sie sozusagen hier diese Barriere noch aufrechthalten, damit insgesamt sozusagen dieses Wirtschaftssystem nicht komplett explodiert. Alle reingehen und das Spiel noch sozusagen nicht ganz fertig ist. Sondern sie warten tatsächlich hier noch auf einen genauen Zeitpunkt. Und welcher Zeitpunkt das sein könnte? Ich glaube, ich habe da so tatsächlich eine starke Vermutung. Und dafür gucken wir einmal auf die Roadmap. Und zwar sehen wir jetzt in Q3, dass wir in Juli ein Achievement-System bekommen, was ich tatsächlich sehr interessant finde. Sozusagen nochmal ein weiterer Anreiz irgendwie laufen zu gehen. Das ist immer motivierend. Dann gibt es auch irgendwie wahrscheinlich Quests. Das ist einfach auch sozusagen ähnlich wie Achievements. Aber vielleicht nochmal ein wenig einfacher runtergebrochen. Ebenfalls genauso interessant. Könnten auch beides Burn-Mechanismen sein, dass du irgendwie weiter investieren musst. GST, um dann im Endeffekt irgendwelche Quests freizuschalten, womit du dann wieder irgendwelche coolen Belohnungen bekommst. Und der dritte Punkt, der tatsächlich leider erst im September Q3 kommt, also ganz am Ende, ist das Rental System. Und ich glaube tatsächlich, dass das der absolute Hype werden wird für dieses ganze Projekt. Und wenn es an dieser Stelle nicht boomt, dann war es das halt mit Steppen. Denn was bedeutet im Endeffekt ein Rental System? Rental System kennen wir auch schon so ein bisschen aus Axie Infinity. Da hieß das ganze Scholar System. Das heißt, im Endeffekt können wir unsere eigenen Schuhe an andere verleihen, die dann sozusagen mit unseren Schuhen laufen gehen und wir wahrscheinlich unsere GST 50-50 teilen. Das heißt, beide Seiten profitieren davon, was es schlussendlich erlaubt, eine gigantische neue Community in dieses Projekt mit einfließen zu lassen. Denn es werden so, so viele neue Leute kommen, die in dieses Projekt einsteigen. Aber einfach halt schlussendlich nicht dieses Geld bereit sind zu zahlen. Auch wenn es aktuell nur 150 Euro sind. Aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Freunden gehen würde und sage, yo, investiere einfach mal 150 Euro in so einen JPEG, die würden sagen, hm, ne, mach ich nicht. Wenn ich aber sage, du, weißt du was, ich leihe dir einfach heute mal meinen Schuh, geh einfach mal mit laufen und guck mal, was du davon hältst. Im Endeffekt, du kannst 50% der Tokens verbehalten. Klingt doch ganz nice, oder nicht? Und damit werden viele, denke ich, bemerken, hey, das Ganze ist nochmal richtig cool. Und das Ganze wird sozusagen mehr so eine Mass-Adaption werden, womit das Ganze an die breite Masse kommen wird. Was ich damit sagen möchte, dass dies der Moment sein wird, wo wir extrem viele Schuhe benötigt werden, weil diese ganzen Spieler sozusagen mit einem Schuh ausgestattet werden müssen. Und das heißt, extrem viele Leute werden neue Schuhe mitten, werden diese upgraden, denn du brauchst mindestens Level 10 sein, sozusagen, um diesen Schuh vermieten zu können. Und ich denke, dass an dieser Stelle nochmal ein Pump kommen wird. Das Ganze ist jetzt natürlich noch drei Monate hin und in diesen drei Monaten kann natürlich auch noch unglaublich viel passieren. Der Token kann noch viel weiter runter crashen. Deswegen werden die nächsten drei Monate auch ziemlich risikoreich. Dennoch finde ich das Achievement-System und das Quest-System auf jeden Fall ganz cool. Aber wie sich natürlich im Endeffekt der Token entwickelt und ob das Projekt sozusagen bis zum September noch stabil ist, in Anführungsstrichen, das ist natürlich eine andere Frage. So Freunde, ich habe tatsächlich zugeschlagen. Ich habe mir tatsächlich gedacht, bei den aktuellen Preisen, ich werde mir jetzt einfach mal meinen ersten Steppen-NFT-Sneaker zulegen und das ganze Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass es meiner Meinung nach aktuell ein ganz interessanter Zeitpunkt ist zum Einsteigen und genau das ist mein Sneaker, den möchte ich euch hier einmal genauer zeigen. Ich habe hier sozusagen direkt mir einen Common Level 9 Sneaker gekauft. Das heißt, ich habe hier sozusagen nicht einen Starter-Sneaker mit Level 1, sondern sozusagen einen, der bereits schon ein wenig geupgradet war. Warum gerade 9? Weil das sozusagen genau die Stelle ist, wo es sozusagen nochmal eine ganze Ecke teurer geworden ist von den Sneakern. Denn Level 10, das Upgrade ist sozusagen weitaus teurer und daher dachte ich, ist Level 9 sehr lukrativ an der Stelle. Und zwar habe ich hier sozusagen mich auch ganz schlau gemacht und bei den Attributen gut drauf geachtet, dass es auf jeden Fall von den Base Stats wir eine hohe Efficiency haben. Da liegen wir auch tatsächlich bei 8,1 und die Resilience immerhin bei 3,7. Könnte ein wenig besser sein, aber finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Die anderen Werte liegen auch so zwischen 4 und 5, was ich auch tatsächlich nicht bad finde. Und im Endeffekt bin ich ja tatsächlich sehr, sehr zufrieden für den Sneaker. Ich habe tatsächlich 4,5 Solana gezahlt und aktuell, gucken wir jetzt nochmal rein, ich habe das Ganze hier schon gefiltert. Wir wollen einen Sneaker, das Ganze ist ein Jogger, auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Und Level 9 aufwärts. Und da ist jetzt aktuell sozusagen der Floorpreis bei 4,299. Und ich habe mir einfach mal gedacht, okay, da habe ich jetzt wie gesagt vor zwei Tagen zugeschlagen, habe mir jetzt einen vor 4,5 gekauft, minus 0,2 Solana. Verlust finde ich jetzt nicht so schlimm, denn aktuell, was ich jetzt schon sozusagen gejoggt habe, müsste ich auch tatsächlich schon diese 0,2 auf jeden Fall wieder im Plus sein. Also sozusagen die Differenz. Womit wir uns natürlich jetzt alle natürlich die Frage stellen, na Nick, wie viel verdienst du denn jetzt im Endeffekt mit deinem Sneaker am Tag? Und ich habe sozusagen heute einfach mal meinen Run ganz kurz aufgezeichnet. Die Steppen-Schuhe sind angezogen, Klettverschluss ist verschlossen und jetzt kann es losgehen. Einen richtig schönen, entspannten Morning Run. Wichtig tatsächlich bei unserem Schuh, dass wir jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 bis 10 kmh joggen und das Ganze jetzt über einen Zeitraum von 10 Minuten. Und im Endeffekt bekommen wir jetzt hierfür 10 GST. Sehr nice. Perfekt, genau 10 GST haben wir tatsächlich mit unserem heutigen Run verdient und meine Taktik ist auf jeden Fall, beziehungsweise Strategie, jeden Tag immer direkt zu verkaufen. Da es einfach aktuell sehr, sehr unsicher ist und wir nicht genau wissen, ob wir weiter fallen oder pumpen. Pump würde aber denke ich noch ein wenig dauern. Deswegen möchte ich hier einfach genau gezielt jeden Tag am besten direkt meine Dollar auscashen. Das Ganze werden wir jetzt einmal machen. Das Ganze mache ich auch einmal live. Da geben wir sozusagen einmal jetzt die 10, die transferre ich rüber in mein Wallet. Das heißt hierfür gehe ich auf GST, All, das sind 10,02. 0,1 zahlen wir als Fees. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann haben wir sie auch schon drüben. So, wie wir schon sehen können, sind unsere GST direkt angekommen. Wir haben jetzt sozusagen 9,9, okay, ein wenig mehr Gebühren gezahlt. Wir müssen jetzt aufpassen, bevor wir es umwandeln, denn wir haben sozusagen schon 22,9 USDC, also sozusagen Stablecoin im Dollar hier liegen. Das ist jetzt von den vergangenen Tagen. Und jetzt werden wir einmal auf Trade gehen. Und zwar wollen wir unsere GST, alle die wir haben, in USDC umwandeln. Und das sind immerhin 6 Dollar. Die nehme ich auf jeden Fall. Zack, confirmed. Das dauert jetzt wieder einen ganz kleinen Moment. Und wir haben 6 Dollar für einmal laufen am Tag gutgeschrieben bekommen. Zusammenfassend lässt sich erst sagen, dass ich 200 Dollar für meinen NFT Steppen Sneaker investiert habe. Und wenn ich jetzt jeden Tag ganz fleißig bin und meinen 1 Kilometer laufe, dann verdiene ich da, wenn der Token konstant bleibt, was er nicht bleiben wird. Denn entweder bricht er nach oben aus oder ganz klein nach unten. Aber beim aktuellen Kurs wären es ja 6 Dollar. Das heißt, wir sind ungefähr hier bei einem Return on Investment von 33 Tagen. Die große Frage natürlich jetzt, ob du in das Projekt einsteigst und investierst, das ist natürlich schlussendlich dir überlassen. Das Ganze ist hier sozusagen nur meine persönliche Meinung. Ich bin kein Anlage- oder Finanzberater. Ich wollte dich tatsächlich nur einmal lediglich auf diese interessante Marktlage hinweisen. Abschließend würde mich tatsächlich einmal folgende Frage tatsächlich interessieren. Geht es dir genauso wie mir sozusagen, dass du seit Tagen oder Wochen die Marktpreise von den Sneakern beobachtest, den Token und immer fragst, ist das jetzt tatsächlich heute ein interessanter Einstieg und hast du jetzt vor, einzusteigen oder bist du dir noch nicht ganz sicher? Einfach mal deine Meinung zu dem Ganzen. Würde mich wirklich interessieren. Und wenn dir das Video bei dieser Entscheidung auch geholfen hat, dann gerne einmal einen Daumen nach oben geben. Freunde, in Zukunft wird hier noch einiges an Move-to-earn-Content kommen. Deshalb würde ich dir auch an dieser Stelle raten, einmal den ganzen Kanal Nikoin zu abonnieren. Wenn du grundsätzlich noch recht frisch bei Steppen bist, würde ich dir auf jeden Fall dieses Video empfehlen. Vielleicht hilft es dir mit den einen oder anderen Fragen. Ich werde mich tatsächlich erstmal von meinem Run ausruhen. Freunde, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Haut rein, euer Nick.